Gleich rollt der Ball auch hier in St. 1, weil rollen soll er ja heute gar nicht. Naja, es wird auf jeden Fall ein großer Sport. Außerdem die Situation am Whirlpool eskaliert. Da ist es doch eine Zuge des Schicksals, Marlene, dass wir heute erst später laufen. Unsere Sendung ist nämlich definitiv am 18. Ich gebe mal zwei Stichworte. Es geht um Blutpenisse und Feuchtücher. So in diese Richtung geht es. Gleich im Anschluss am Fußballspiel. Promi Big Brother hier in St. 1. Ah, schön. Hat er mit weitreichender Entscheidung. Na, dass man mit weitem Arm reichlich Bälle halten muss. Aber ich könnte eh die ganze Welt umarmen. Und Sie erst, wenn Sie bei uns da gewinnen. Freitagabend, hier ist Promi Big Brother. Schön, dass Sie dabei sind. Oder gucken wir doch auf jeden Fall mal rein. Bitte. Wenn Sie, wir freuen uns schon auf euch, wenn Sie einigen Planetis den ganzen Luxus gar nicht gönnen, dann wählen Sie doch mal die Planetis auf die Raumstation. Richtig. Wählen Sie die 01379 78 78 und die jeweilige Endziffer Ihres Bewohners, den Sie wieder in die Raumstation schicken wollen. Oder schicken Sie die Endziffer per SMS an die 3 mal die 4, 3 mal die 1.